Musik 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 Können Sie mich hören? Ja, Sie können die Före Ja Nur so, oder? Nur abdrücken Ja Wenn Sie digitale Före In die Före Ja Nein 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 Gestern hat der Bundesrat beschlossen, dass Wilhelm Tell jetzt Neu-Guillaume-Giolielmo Wilhelm Tell in de Suisse heissen Was halten Sie davon? Gestern ist das ausgegangen in den Bildern Ich habe die Tagenschau nicht gelegt Keine Zeit gehabt Was finden Sie, dass er jetzt alle drei Vornehmen tragen Eventuell sogar den vierten romanischen, den wir jetzt noch kreieren ist? Der ist ja mal genau gelegt, oder? Nicht Ja, ich finde auch der Bundesrat offensichtlich nicht Was halten Sie davon, dass es jetzt da halt ein wenig interkantonal wird? Ja, nicht viel Der ist schon in der Ordnung Der Name da Ja 1307 geboren, 1896 gestorben Fast 600 Jahre alt wurde Warum werden heute die Leute nicht mehr so alt? Sie schauen nicht mehr so zur Gesundheit mit der Ernährung und mit allem Bewegen sich vielleicht auch noch zu wenig Und so Hätten Sie für unsere Hörer am Radio jetzt auch noch einen Tipp für gute Ernährung? Ja, gerade so zum Steckreif nicht Auf alle Fälle nicht zu viel Und gesund und Gemüse und so Ja Finde ich hier Söre Ja Ja Und der Füße Ja Füße und der Kopf Ja Gut Gut Kontrolle Oh Oh, der Finger Oh, der Finger Na Ich habe irgendwie auch gedrückt Quasi Oder Füße 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 Okay 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 One, two, three Thank you Fix my 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 Vielen Dank.